Ich weiß nicht, ja, mach mal vorsichtig, aber langsam. Timmy, weißt du, wo das ist? Ja, fangen wir. So, wir fahren jetzt erst am Fernsehturm, am Fernsehturm vorbei. Ja, genau. Genau, da fahre ich jetzt mal längs. Und dann fahren wir links hohe Luft, schoss sie runter da, hinter dem Fernsehturm. Hinter dem Fernsehturm, links runter. Wart mal langsam mit dem Ausrussen, das dauert eine Weile, bis wir da sind. Ja, da muss man noch ein Auto, der kommt da, noch ein ELB, oder? Ja, da muss man noch ein bisschen rein. Ja, da muss man noch ein bisschen rein. Ach ja, beim Schlumm ist er dann rechts rein, als wenn wir alt und nahe Straße aus, kleiner Skifahrgab, immer geradeaus durchfahren. Ja, beim Schlumm und der Verlängerung Hallerstraße, hinter den Grinnellhochhäusern, oha. Entweder ist das dann ein zweiter Alarm oder ist das aus? Ja, beim Schlumm und der antibiotische Trege. Also schauint das der Verlängerung und Karlsruhe koffsche noch weiter. Gesch pigeon mit Esteuer ein zweiter Alarm aus Depression disaster. Der happened dieser Alarm Patorenk,... Da ist ein Meldereinlauf, Gebäude wird überprüft. Ja, fahren wir ein bisschen ruhiger, ne, dann... Das kann ja auch was sein, ne? Ganz links da, ne? Wir können hier nicht wieder fahren, aber das sieht man hier. Wir werden nach der Beschreibung fahren, ne? Ja, das kann ja auch mal passieren. Ja, 12-2 hat auch mit. Ja, Ende von Spinnerburg. Alle Fahrzeuge einfach zur Brasse, die Erzspann von Zug 13, Ende. Soll die Kamera wieder aus?